Hallo Leute und willkommen zurück zu Utopia. Ja, ich weiß, ich habe das ganze Wochenende lange, lange darauf gewartet und endlich ist es soweit. So, die Werkstatt ist endlich da und wir können sie nicht bauen, aufgrund von zu wenig Eisen. Waiting, was ist denn im Rating los? Ah, Kampflok. Ich wurde zweimal angegriffen von irgendwelchen Pullen oder sowas. Gewonnen und gegen den habe ich verroren. Blablabla. Ich bin aber trotzdem abgestiegen. Abgestiegen, abgestiegen. Schade. Naja, achten wir nicht mal darauf. Okay, hier gibt es wieder die gleichen Missionen wie immer. Im Menü. Erwartet uns wieder die Händlergelde. Natürlich. Was ist denn das? Willkommen bis zu fünf Tagen in Folge. Vielleicht sollte ich mich immer über das Wochenende einloggen. Keine Aktivität entdeckt, aber Stahl ist verfügbar. Äh, Eisen, meine ich. Na, wo ist die denn die Mine? Ah, da unten. Okay, können wir den Sie dann ab... Level 7. Äh, verdammt, ja auch mal. Also gut. Dann werden wir jetzt wieder ein Kämpfstern wagen. Auf geht's. Auf, will den Kampf. Fuh, nein, ins Abenteuer. Ja. Komm noch, komm noch, schieß noch. Das war's mit dem Terror hier. Wir nehmen natürlich das, was wir brauchen. Stahl, ne? Ja, Eisen. Und nun kümmern wir uns um die Minenfelder. Vernichten. Okay, hat auch so geklappt. Tag 4 von 5. Danke. Bumm. Und wir nehmen wieder Eisen. Ja, wir wollen uns aber die Kronos-Technologie zueignen. Vorher noch ein kleiner Heckversuch. Okay, das können wir schon mal so machen. Das müssen wir so machen, weil das hier so gemacht werden muss. Das hier muss so gemacht werden. Das so, das so und das so. Wir haben gehackt. Hahaha. Sind wir böse. Okay. Und wenn wir das so nehmen. Das so. Und das so. Na. Das so. Das so. Das so. Okay, heute ist es mal einfach. Die haben sich auf mich eingestellt. Haha. Oh, Erfolg freigeschaltet. Hacker. Geil. Und wir nehmen wieder Eisen. So, damit haben wir eigentlich alles geschafft. Es geht weiter im Bunker, Leute. Was ist los? Was ist passiert? Oh, Anomalien entdeckt. Leute, tut mir jetzt wirklich leid. Zack. 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 Na, zack. Zack. Wisst ihr was? Die haben gerade eine Forschung beigelegt. Anomalienabklang. Ach so, ja, die können ja eigentlich nur das geben. Okay, ich würde sagen, wir kämpfen erst mal mit denen, oder? Auf in die Schlacht! Uuuuuhhhhhhhhhh. Arschloch. I need to reload my gun. What are you doing? What are you doing? What are you doing? What is that for a guy? What are you doing? 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 Okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. 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 Okay.